Einen wunderschönen guten Abend, liebe Rassimirs und liebe Mittelalterfreunde. Willkommen zu einer neuen Runde Let's Play bei mir. Und ja, wir haben jetzt Abend, das heißt, wir werden jetzt gleich auch direkt schlafen gehen. Spät haben wir es denn? Ja, schon längst Schlafenszeit. Wir haben Sommer. Ist also was länger hell, aber wir möchten gucken, dass wir direkt in den neuen Tag kommen. Wir haben heute was Schönes vor. Wir haben gestern den Pferch schon gesetzt gehabt und heute bauen wir den. Allerdings werde ich erst dann Schafe kaufen, wenn ich auch das nötige Budget dafür habe. Heißt, wir müssen natürlich auch gucken, dass wir nochmal was verkauft kriegen. Aber erstmal bauen wir das Teil. Ich freue mich drauf. Oh, ich habe das ganze Flachs noch da. Das kommt auch mal weg. Ich brauche Stöcke auf jeden Fall reichlich. Das weiß ich. Und Stroh brauche ich, glaube ich, auch. Äh, voll dran vorbei. Oh, Stöcke habe ich nicht sehr viele. Stroh habe ich mehr als genug. So viel brauche ich ja gar nicht. So viel brauche ich auch nicht, aber egal jetzt. Ähm, Stöcke muss ich dann halt erstmal gucken, wo ich Stöcke herkriege. Also, da muss ich mir aus der Gegend hier irgendwie rupfen. Hier bei den Zweigen. Ist auch okay. Kriegen wir ein bisschen mehr in der Gewinnung. So, hier sieht es doch nach einigen Zweigen aus. Hier können wir Stöcke Fahnen. Das Gehege habe ich was groß gemacht. Und da brauche ich natürlich auch noch reichlich Bretter dann für. Da muss ich dann mal schauen, wie ich das mache. Uh. Weil ich will jetzt nicht meine ganzen Holzstämme versemmeln. Ich habe ja jetzt schon einiges gesammelt gehabt. Und jetzt habe ich auch schon wieder einiges verbaut gehabt. Weil ich halt, äh, jetzt im Bauwahn war. Ein paar Mal. Und, äh, was ist das? Achso, ist ein Elch wieder da hinten. Ja, da muss ich halt so gucken, dass ich jetzt auch mal nachlege. Ich werde demnächst also auch mal gucken, dass ich ein paar Bäume fälle, aber jetzt nicht hier diese blöden Birken, sondern ich gehe dann dahin, wo ich Ahorn fällen kann. Und mache da mal so ein paar hundert platt. Also nicht ein paar hundert Ahörner, sondern Ahorns, Ahornbäume. Geil. Ahörner hört sich so falsch an. Ähm. Ne, ich will gucken, dass ich ein paar hundert Holzstämme, ob er auf jeden Fall kriege. Damit wir auch mal voran machen hier langsam mit der Quest. Ja, ich habe mir vorgenommen, tatsächlich die tausend Holzstämme abzuliefern. Für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht. Ich weiß, dass ich das nicht muss. Absolut unnötig. Keine Frage. Will ich trotzdem machen. Weil so unnötig ist es nicht. Man kriegt auch was dafür. Und zwar einen schönen Erfolg. Den will ich mir freischalten. Beim letzten Mal, wo ich die Quest hier gemacht hatte, da habe ich, ähm, die eingetauscht. Da war mir das natürlich zu blöd. Da geht's dann, Achtung, Spoiler. Da geht's dann darum, dass man dann irgendwie eine Kuh schlachten soll. Habe ich aber auch nicht gemacht. Äh, da gab's dann noch irgendeine Alternative. Die weiß ich jetzt aber nicht mehr. Und, äh, jetzt ziehe ich aber die Nummer mit den tausend Holzstämmen durch. Wir haben ja auch massig Zeit dafür, aber so langsam will ich auch mal ein bisschen da vorankommen. Weil die Questreihe geht ja noch weiter. Die endet ja nicht damit. Das ist ja nur diese eine Quest. Und die wollen wir natürlich auch beendet bekommen. Irgendwann mal. So, ja. Jetzt haben wir auf jeden Fall auch schon ordentlich Stöcke auf Lager. Wir machen uns mal Richtung Rückweg. Sammeln aber noch ein, was wir so unterwegs hier abstauben können. So. 143. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Ob das reichen wird. Wie sieht's mit meinem Hammer aus? Auch nicht mehr so prickelnd. Eigentlich müsste ich mir da noch mal kurz einen neuen holen. Das mach ich auch mal eben. Hunger haben wir auch. Mensch. Ansprüche für Ansprüche. Na ja, hier bauen wir es jetzt hin. Wie gesagt, das Geländer habe ich recht groß gemacht. Das Gehege für die Schafe. Aber das werden ja auch irgendwann mal zwölf Stück werden. und das soll's auch schön groß sein. Und hier wird dann auch der oder diejenige, die die Schafe hütet, dann hinziehen. Die werden dann woanders untergebracht. Ich glaub, das könnte ich sogar schon hier machen eigentlich, ne? Warte mal, wie hießen die denn nochmal? YouGhost oder sowas, ne? Ja, genau. YouTugost mit Ed Burger. Ganz schöner Altersunterschied. Aber ist nicht so schlimm. Und das ist die Holzfällerin. Ja, das ist doch okay. Die wohnen jetzt hier. Haus hat die gleiche Qualität, glaube ich. Ne, sogar besser. Die haben ein besseres Dach. Die haben jetzt ein besseres Dach bekommen. Also kein Grund zu meckern. Die Stimmung dürfte doch jetzt auch, glaube ich, ein bisschen hochgehen bei denen. Ja. So, hier hört sich das. So, hatte ich nicht auch Bronzehammer oder sowas gemacht? Moment mal. Ja, hab ich. Hä? Dann nehm ich mir davon mal einen mit. Und auch mal endlich so eine Bronzeachs, glaube ich. Ne, ich hab ja Eisenechse, das muss ich ja gar nicht. Das wär ja doof. Aber ein Bronzehammer auf jeden Fall. Einer reicht erstmal. Und wenn wir den Holzhammer gleich versammelt haben, machen wir dann mit dem weiter. Ach, ich freu mich darauf. Der Ferch wird jetzt gebaut. Und auch, wenn wir jetzt noch keine Schafe dann da drin haben, aber das wird ja dann auch nicht mehr so lang dauern, dass wir uns da zwei Lämpchen holen oder drei. Mal gucken. was das Budget hergibt. Wie gesagt, wir müssen auch noch Kohle machen. Achso, ne, hier will ich ja gar nicht. Quatsch. Hier will ich. Wieso war da jetzt eigentlich Stock? Achso, Brett hätte auch. Okay. Ja gut, das macht Sinn. Ach, herrlich. Und schön, wenn wir dann auch die ersten Schafe da haben werden. Apropos, ich glaube, ich habe, habe ich eigentlich schon meine, mir fällt das gerade ein, meine, wie heißt es jetzt, meine, ach Mensch, Tierfutterproduktion. Habe ich da eigentlich schon was gemacht? Äh, Quatsch, hier, Landwirtschaft. Habe ich da eigentlich schon was eingestellt? Nee, habe ich noch gar nicht. Sieh mal, einer, guck. Okay, was ist das? Verdorben ist ja, das mache ich ja auch eigentlich großen Teils selber. Das kann mal da runter, dann fangen wir mal damit an. Wir haben jetzt noch keine Haferkörner, sehe ich. Da mangelt es uns gerade dran. Das wird ja bald auch hoffentlich sich ändern. So. Was es mit den Haferkörnern auf sich hat, gucke ich gleich mal. Warum ich da überhaupt nichts habe. Ob da gerade jetzt alles auf dem Feld noch wächst oder ob ich überhaupt gar keine habe. Ob ich erstmal welche kaufen muss, ich weiß es gar nicht. Das wäre jetzt natürlich peinlich. Aber ich meine, ich hätte schon mal Hafer da gehabt und abgeerntet. So, jetzt kommen wir zum Bronzerhammer. Der wird ja jetzt mal was länger halten, denke ich. Da sollte er zumindest. was. Okay. So, den Färch haben wir fertig. Das Gehege warten wir erstmal noch mit. Machen wir demnächst jetzt auch. Ob wir es heute noch machen, weiß ich nicht. Ich denke mal eher nicht. Keine Ahnung. Weil jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich Geld ranschaffe. Also ich würde es gerne jetzt noch bauen, aber es hat auch noch ein bisschen Zeit. Eilt jetzt nicht. Ich würde jetzt lieber erstmal Geld machen, damit ich auch bald Schafe holen kann. Dann macht es auch Sinn, dann den Zaun zu bauen. Und natürlich noch jemanden, der die hütet. Die Schäflein. So, haben wir auch die direkt wieder ein bisschen was auf Pump anstecken. So, was können wir verkaufen? Wir fangen mal unglücklicherweise unten an. Wir könnten auf jeden Fall Weizenkörner verkaufen. Da haben wir auf jeden Fall noch reichlich von. Und da wird ja auch noch mehr gerade geschlagen. Gedrescht. Das reicht auf jeden Fall dann fürs Feld. Und da werden wir auch schon gut Kohle mitmachen eigentlich. Weizen ist genauso wertvoll. Also die Körner wie von Leinsamen. Also die Leinsamen da. Ich habe recht viele Spitzhacken. Könnten wir auch mal ein paar von verkaufen. Nein, nicht so viele. So viele. Und das ist okay. Hä? Moment mal. Wo habe ich denn die jetzt hingetan? Ich habe die gar nicht mitgenommen. Wieso das denn? So. Warte mal. Ich habe doch hier gerade irgendwas rüber getan. Was war denn das? Ah. Mysteriös. Keine Ahnung. Was auch immer es war. Es ist... Achso. Es waren nochmal Weizenkörner. Habe ich noch mehr mitgenommen. Oder was? 15 Stück. Nee. Ich will schon... Okay. Keine Ahnung. Was da jetzt schief lief. Nicht richtig getroffen anscheinend. Hä? Mysteriös. Was können wir noch mitnehmen? Was können wir noch mitnehmen? Achso. Mal gucken. Was ist denn hier wegen Hafer? Was ist denn da los? Kein Hafer. Kein Hafer. Tatsache. Kenas da. Hm. Leinsamen könnten wir auch ordentlichen Schwung, glaube ich, mitnehmen. Da habe ich doch gerade gesehen, dass da auch noch ganz viel... Ja, ich habe ja gerade erst abgeladen. Ach ja, da haben wir mehr als genug von. Das kann da ruhig mal ordentlich abgedrescht werden. Ja, dann haben wir eigentlich schon gut was, wo wir Geld mitmachen können. Das bringen wir jetzt erstmal weg, das Zeug. Und schauen, was das alles gibt. Was ist denn eigentlich jetzt hier? Habe ich noch irgendjemanden Arbeitslosen, der gerade zu gebrauchen ist für Goddard? Nee, der ist dafür nicht zu gebrauchen. Der ist eher so ein Jäger. Ach ja, da wollen wir ja auch noch gucken, dass wir die Jagdhütte freisch... Ach, es gibt wieder so viel zu tun. Ich liebe es. Es gibt wieder so viel zu tun. Herrlich. Wer grunzt denn da? So, alle Händler wieder hier in einer Hütte. Chomira, hallo. Ach, ich habe immer noch den Dung jetzt auf Tasche. Den habe ich noch gar nicht gemacht. Jetzt bin ich dran vorbei. Ach, du kannst gar nicht so viel kaufen, dann bist du schon pleite. Okay, ja, das ist halt auch sehr wertvoller Stuff hier, ne? Mit den Samen. Und dann hier mit den Spitzhacken. Okay, da kann auch nur einer, klar. Ja, machen wir auf jeden Fall schön Kohle mit gerade. Das ist auf jeden Fall sinnig. Oh. Nee, ungerade will ich nicht. So, kannst du auch haben. Fein. Ordentlichen Schwung Kohle gemacht. Und alle sind jetzt arm hier. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir noch woanders was verkauft kriegen. Weil auch Schafe, auch Lämmchen sind mehr oder weniger teuer. So, jetzt erstmal den Dung verarbeiten. Husch, husch. Gustava. Oh, bin ich dreckig. Ui. Ich glaube, ich muss erstmal ein ordentliches... Ja, Bad kann man jetzt nicht sagen, ne? Ordentlichen Waschgang einlegen. Fui, Deivel. So, ich wollte aber noch gucken, was es hier mit dem Hafer auf sich hat. Wächst hier was? Was ist da los? Ist das da hinten, mein Hafer? Ist ja noch nicht so viel. Naja, schon, aber... Ist tatsächlich mein Hafer, ich... Ja gut, der ist jetzt schon im Wachstum. Ist, wie gesagt... Ja, ich hatte halt nicht mehr Körner, wie ich jetzt gerade festgestellt habe. Gut, dann ist es so. Es werden ja mehr und mehr. Jetzt sammelt sich ja hier gut was an. Waschen wollen wir uns eben. Ich glaube, hier irgendwo hatte ich einen Zuber ja hingebaut, ne? Oder? Hier, ne? Hier hatte ich mein Haus gehabt, genau. Einmal schön daneben, aber Hauptsache es wirkt. Dann würde ich nämlich sagen, wir nehmen noch irgendwas zum Verkaufen mit und machen uns direkt dahin, wo wir die Schafe kaufen können, die Lämmer. Und dann bauen wir danach, wenn wir die haben, dann halt den, ähm... Das Gatter. Ist ja nicht schlimm. Tja, Eimer, ne? Eimer sind immer schön lukrativ. Und jetzt können wir ja auch Gott sei Dank mehr mitnehmen. Jetzt macht das ja auch Sinn. Dann nehmen wir direkt nochmal 100 mit. Ich glaube, da werde ich sowieso nicht alle verkauft bekommen, weil wenn ich sehe, wie mühselig das schon weggeht... Das arme Volk! Aber da kommen ja noch zwei andere Dörfer unterwegs, also von daher... Oder zumindest eins, zwei... Ja, wir können auch direkt erstmal nach Tutki. Da schauen wir auch, ob wir direkt Leute finden unterwegs, die wir mitnehmen. Ja, wir gehen Schafe kaufen. Sachen verkaufen und Schafe kaufen. Yay! Mal einen kleinen Rundgang über die Insel machen, ob hier irgendwas ist. Ich glaube, da war ich schon mal dran. Ja, da hat sich nichts geändert. Es ist immer noch die gleiche Truhe, die jetzt schon fast ein Jahr, glaube ich, dasteht. Im Game-Jahr. So, da verkaufen wir jetzt auch schon mal direkt den ersten Schwung Eimer, würde ich sagen. Wo ist denn die Eselssichterin? Wo ist die denn? Achso, das ist bestimmt jetzt eine hier der Ausrufezeichen. Ach, wer ist denn das jetzt? Ne, da hinten ist Wohlrat, der kann es nicht sein. Ah ja, hier. Klar, da steht sie ja auch. Hi. Ist mir egal, was du für Hilfe gerade brauchst. Ich will nur dein Geld. So. Die hat wenigstens auch schön viele kaufen können. Und wer sitzt hier so rum? Immer noch die gleichen Luschen wie sonst auch. Ja, die ist nicht ganz so luscht, aber die war alt, meine ich. Nee, nee, will ich nicht. Gut, dann Branica und Baranica. Wir kommen. Vor allem Baranica. Wir kommen und kaufen Schafe. Lämmchen. Yay! Ist zwar jetzt Weihnachten und da wäre jetzt so eine Gans, glaube ich, sinniger. Na, so Ostern gibt es ja meistens diese Osterlämmchen. Ich esse nicht. Ich kriege doch nicht übers Herz. Lämmchen. Nein, Quatsch. Ich mag einfach kein Lammfleisch. Aber ich finde die auch süß. Also es tut mir auch leid. Also von daher, ich bin froh, dass ich kein Lammfleisch mag. Sagen wir es mal so. Aber wir brauchen jetzt halt auch um die Weihnachtszeit ein paar Lämmer. Und hier ist ja sowieso alles anders. Wir haben ja jetzt Sommer, also kann es egal sein. Es gibt weder Oster noch Weihnachtsbraten. Es gibt jetzt einfach Sommerfest. Und da gibt es nur Würstchen. Also sind die Schweine dran. Oder die Kühe für ein Steak. Boah, alle Vegetarier und Veganer, die mir gerade zusehen. Ey, sorry. Alles nur Spaß. Aber das Spiel ist halt, ne? Hier wird halt auch gejagt. Man kann ja später, wenn man die Quests und so durch hat, dann kann man ja da drumherum, ich wollte ja was verkaufen, dann kann man ja da drumherum kommen, noch irgendwie Tiere zu töten oder Fleisch zu essen oder sowas. Dann kann man ja alles auf Brotbacken machen oder was weiß ich, Kohlsuppen, Gemüsesuppen, sowas. Brei, da muss man ja nicht fleischhaltig kochen. Aber, ne, für die Questreihen zumindest braucht man das schon. So, zeig mir mal, was du so hast. Und kauf mal mein Zeug. Ja, die kauft sogar meine ganzen Spitzhacken. Cool. Und sogar ein paar Weizenkörner noch. Ich hab jetzt auch schon schön viel Geld gemacht. Ich glaub, ich werd den Rest jetzt auch noch hier bei dem eben los. Von den Weizenkörnern. Jawoll. So, ich hab jetzt über 8000 Gold. Das ist schön. Jetzt können wir auf jeden Fall ein paar Lämmchen kaufen. Jetzt tut's uns nicht so weh. Very, very good. Einmal zack über den Hügel und dann kommen auch schon die Lämmer. Das ist die Lämmer mit den Lämmern. Ja. Wie heißt sie? Alina. Alina mit den Schafen. Keine Molly. Boah, die sind echt fies teuer. Fast 2000 kosten die. Also kaufen wir jetzt nur zwei, würd ich sagen. Ein Männchen. Und ein Weibchen. Das brauchen wir auch. Und da kommt jetzt mal eben schnell, weil ich jetzt so schon jemanden da noch nicht arbeiten habe, kommt da mal schnell jemand rein. Ähm, Tierhaltung. Fähr ich. Da werde ich jetzt mal eben wen unterbringen? Irgendjemanden aus der Scheune? Die Gustava? Nee. Die Scheunknecht. Ja, doch. Doch. Die bringen wir da mal eben kurz unter. Das bleibt ja nicht so. Äh. Achso. Der will ja auch, dass ich hier irgendwas einstelle. Wolle. Natürlich brauchen wir Wolle. Auch wenn die Lämmer noch keins geben, müssen wir das schon einstellen. Damit der zufrieden ist hier. Der Spiel. Das Spiel natürlich. So. Mal gucken, ob wir hier auch schon jemanden finden. Dann kann Gustava gleich direkt wieder zurück in ihren Stall. Dass ich das anhöre. Da wäre der Pomier. 19. 19. Ja. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Schön. Ähm. Moment mal. Nee, das geht leider nicht. Wo hatten wir denn das jetzt, das Haus? Ach ja, hier. Da ist das. Ich hatte ja das noch nicht umbenannt. So, da kann jetzt gleich der Pomier wohnen. Aber wo wohnen denn jetzt die anderen beiden? Da, ne? Ja. So, hier stecken wir also den Pomier hin. War doch jetzt hier, ne? Ja. Witziger Name. Ja. Da ist er jetzt und der darf auch direkt ab in den Pferch. Zum Arbeiten. Ja. 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 Zum Arbeiten. Da habe ich gerade gesehen. Aber da ist wahrscheinlich gerade jemand Mutter, ne? Ja. Hier. Ludumira. Und Samboja. So, den haben wir rangeholt. Sonst ist hier nichts bei, meine ich, was wir jetzt brauchen. Alles nur Zweier. Ja, hier ist noch jemand für die Jagd. Vielleicht später, aber die ist auch leider zu alt. Okay. Und Ulrich ist überhaupt nur zwei überall und 30 schon. Nee. Da sind wir jetzt mit zufrieden, wie es ist. Fein, fein. So, dann können wir jetzt auch noch direkt mal, was wir, ups, gerade gesagt haben, machen. Ein bisschen Ahorn kloppen. Hier sind gerade schön viele Ahornbäume. Damit wir auch endlich mal ein bisschen Vorrang machen hier mit dem, mit dem Wohlrand oder Wohlrad oder Wohlrand oder wie der heißt. Mit dem Typen da. Das tut so weh, ne? Ich hatte gerade noch so schön viel Geld. Aber so battlearm sind wir jetzt auch nicht. Wir haben halt gut was verkauft bekommen. Und schön noch was über. Hätte jetzt auch noch ein anderes weibliches Lämmchen holen können, aber lieber nicht. Lieber nicht. Bisschen sparsam wollen wir schon sein. Ach, jetzt geht er schön zügig hier mit den Ahornbäumen. Nicht so blöd wie mit den Birken. Aber das ist ja schrecklich. Immer zwei Stück. Und ich habe halt bei mir echt nur Birken. Und ich habe halt bei mir echt nur Birken. Ich bin, ach, da bin ich hingelaufen. Jetzt habe ich mich zu schnell gedreht. Ja, meine Maus hat sich Momente mal wieder umgestellt. Hier muss ich gerade mal ein bisschen... Ja, jetzt ist es besser. Ach, habe ich schon durch. Manchmal ist sie dann so schnell unterwegs. Komme ich immer irgendwie dran und dann geht das aber zack, zack. Boah. Von Baumstämmen erschlagen. Gott sei Dank kann man daran nicht sterben. Sonst wäre meine Dynastie schon sehr schnell dahin. Und das Spiel wäre zu Ende. Und dann müsst ihr halt immer wieder laden. Immer und immer wieder. Ja, dann soll man auch... Wir haben auch gleichzeitig schön viele Stöcke dabei. Das ist ja auch, was wir brauchen. Ach, Ahorn ist klasse. Oh, das ist immer so... Groß manchmal sind die Dinger. Nicht so Zahnstocher. Zack. So, die hier machen wir noch weg. Boah, der ist aber richtig dick hier. Mein lieber Scholli. Boah. Oh, Mensch. Das ist echt Wahnsinn. Äh. Wie komme ich denn da hin jetzt? Boah. Äh, ich frage mich, habe ich den gefällt? Nee. Machen wir das auch noch eben. Ach, da hinten ist noch einer. Ich wollte schon sagen, da war doch noch einer. Ja, äh, man sieht halt den Baum vor lauter Wald hier nicht, ne? Hier ist es halt genau andersrum. Wie in dem Sprichwort. Äh. Hm. Ja, dann müssen wir den halt auch noch wegmachen. So. So. So, und die 300 davon, die legen wir jetzt gleich auf jeden Fall erstmal ab, dass wir wissen, die... Da gehen wir nicht dran. Die sollen halt wirklich für die Quest her... Äh, 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 herhalten. Und mehr nicht. Und ab auf den Rückweg. Oder soll ich doch noch ein weibliches Lämmchen mitnehmen? Ja, komm. Eigentlich macht es Sinn, ne? Komm, ich kaufe es noch. Jetzt haben wir da fertig aus. Besser ist, äh, weil... Die sollen ja auch Nachkommen kriegen. Und wenn da jetzt nur zwei sind, das dauert immer so. Eigentlich wäre noch ein männliches noch gut gewesen, noch ein weiteres. Aber... Erstens mangelt es mir da an Geld. Zweitens... Habe ich, glaube ich, jetzt nur die drei Lämmchen, die ich gekauft habe, gerade da gesehen. Und drittens ist... Es kostet ja auch wieder Tiernahrung, ne? Verbrauch. Daher. Bisschen ist es gerade am Rückeln. Irgendwelche Füchse hier gerade unterwegs, höre ich. Ein Lager, ein verlassenes Lager, nehme ich an. Ja, ich glaube, da war ich auch schon mal, oder? Ja, nicht in dieser Jahreszeit, aber ich glaube, das ist hier schon länger so verlassen. Da dürfte ich jetzt auch, glaube ich, nicht mehr... Ja, ein Hut. Oh, toll. So ein flacher Strohhut ist das, ne? Aber sonst ist jetzt, glaube ich, nicht viel zu holen, wa? Ne. Warte mal. Da war doch gerade ein Elch. Wir müssen ja immer noch gucken, dass wir die Jagdhütte freikriegen. Ach, Mann. Nicht so toll gezielt gerade, wa? Oh, es ruckelt gerade aber auch wieder verdammt fies. Oh, ist das übel. Ich habe ihn getroffen, aber ich glaube, nur irgendwo am Bein. Oh, ist das eklig gerade am Ruckeln. Oh, fies. Ich will nicht, dass er mich gleich abschmiert. Ich speichere mal vorsichtshalber. Mir ist das Spiel noch nie abgeschmiert, aber so geruckelt wie jetzt hat es auch noch nie. Oh, du fieser Elch. Oh, ja, genau. Schön zwischen Gewiesens. Ja, komm. Dann soll es halt... Oh, Mann. Es darf nicht wahr sein. Was ist denn das für ein Pech heute? Heute ist Diana nicht mein Freund. Die Göttin der Jagd. Ja, der ist auch voll auf Aggro. Und tackled mich mal eben zur... Ins Nirvana. Und haut ab. Ich treffe heute nichts, ne? Ich habe noch nie so Pech gehabt, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Also irgendeins von euch Viechern... Gut, wenigstens verendet das. Ne, tut's nicht. Also jetzt wenigstens ein bisschen mehr... Willst du mich verarschen? Das ist gerade an ihm abgeprallt. Jetzt stirb doch endlich. Gehst du jetzt mal drauf? Also ich verballere doch nicht hier meine Pfeile für nichts. Jetzt bleibt doch endlich stehen. Dass es nicht vor Erschöpfung sterben kann, ne? Du hartnäckiges Ding. Also ich verballere doch nicht hier meine Pfeile für nichts. Das war jetzt echt blöd. Voll viel versemmelt. Ich war noch nie so schlecht im Jagen. Echt. Und man hat halt gebracht kaum was. Scheiße. Sorry. Aber scheiße. Das war jetzt ein bisschen frustrierend. So, ich will erst nach Tutki, bevor ich nach Hause gehe. Spät haben wir... Oh, wir haben schon halb zehn. Ne, komm, dann müssen wir uns erstmal nach Hause begeben. Ich kann auch da das Holz ablegen. Das macht ja keinen Unterschied. Hauptsache, wir sind vorher null Uhr im Bett. Ich bin eigentlich so eine... Ich gehe immer brav um 19 Uhr ins Bett. Also hier im Spiel. Oh! Toll! Hey! Hey! Habe ich noch Essen? Ja. So, da hinten ist mein Haus. Was für eine frustrierende, schlechte Jagd. Gestern den Bären, den noch richtig in den Freiflug gedonnert. Mit ein paar Schüssen. Mit zwei Schüssen. Und jetzt, jetzt kriege ich nicht mal so einen blöden Elch platt. Und so ein Wisent. Muss ich auch durch den halben Wald jagen und zig Pfeile verballern. Das war echt frustrierend jetzt. Na gut, man kann nicht immer Glück haben, ne? War halt kein Waldmannsheil heute. Na, das war echt läppisch. So, das können wir direkt auf Tasche behalten, das Brett. Wie schaut's denn hier überhaupt aus mit Holzstämmen? Nächstes Holzhammer. Holzstamm. Ui! Dann nehmen wir direkt nochmal 100 mit. So. Und legen 400 ab. Äh, nicht 100 ab. Die 400 von denen ab. So. Ja, ist nicht schlimm. Soll ja hier nur verwahrt werden. Dient jetzt nicht zur Deko. Zwecken. Und, ähm. Bretter wollte ich noch mitnehmen. Ja, aber ein paar sollte ich schon noch auf Lager lassen, dass ich da kein Problem mit der Eimerproduktion oder so bekomme. Können ja direkt noch welche herstellen. Jetzt, wo das so schön zügig geht, ist das ja alles gar kein Problem. Äh. Ha. So. So, 43. Heißt, wir machen jetzt 86 Bretter. Mal gucken, wie weit wir damit kommen werden. So, nee, das war falsch. Hier muss ich hin. Aber. So. 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 Da war der, genau, der Färch. Ach, das wird schön, wenn da die Schäfchen sind. Lämmchen haben wir jetzt da, aber wenn dann hier alles voller Schäfchen ist, meine ich jetzt. Wie nennen wir denn unsere Schäfchen jetzt? Ich würde sagen, eines nennen wir wirklich ganz klassisch Molly. Ja, ja, Molly, ähm, Lotti, Molly und Lotti? Nee, Molly und Lotte. Nee, Lotte hatte ich, glaube ich, schon Huhn genannt, ne? Warte mal. Wer bist du? Kevin? Nein. Dich nennen wir Charlie. Charlie, Molly und... Dolly. Molly und Dolly. That is it. Molly und Dolly. Charlie, Molly und Dolly. Tja, das ist schon aus dem Gehege rausgelahnt, aber das ist nicht schlimm, das kommt schon wieder. Das kommt schon irgendwann wieder. Genau wie Ette hier. Der kommt auch wieder, der Kleine hier. Die nutzen noch das letzte bisschen, äh, Auslauf, wie es geht halt, ne? Bald ist er halt begrenzter. Aber ist ja nicht schlimm, ich finde wirklich, dass sie viel Platz haben zum Rumrennen, also... Kein Grund, sich irgendwie zu beschweren oder Peter anzurufen oder sowas, keine Ahnung. Gefällt mir ganz gut, muss ich echt sagen. So, wir brauchen auf jeden Fall noch gut ein paar von den, äh, von den Brettern. Heißt, ich brauche auch noch mehr Holzstämme und muss mir dann noch mal welche holen. Geht ja alles ziemlich zügig trotzdem. Tja, dank des unbegrenzten Gewichts. Das wäre jetzt auch echt so eklig gewesen, wenn das nicht gehen würde. Also alles so hin und her, boah. Dann wäre ich ja einen halben Tag da dran oder länger. Und wie gesagt, ich weiß auch, dass das den einen oder anderen nicht so zugesagt hat. Leute, mehr Kulpa, aber boah, ich finde das so gut dran. Mein Herzblatt, würdest du dich bitte einmal zur Seite bewegen, damit ich mal kurz hier dran kann? Ja, du musst dich gleich kündigen. Alles gut, ich wollte nur mal da dran. Zieht sich direkt an und geht, also... Was soll denn das? Ah, hat sie sich wieder umgezogen, gut. Also, voll unnötig, diese Aktion, echt. Was, du willst da dran? Dann gehe ich jetzt, kein Bock mehr darauf. Ich schmeiß hin. Damit wären wir natürlich auch nicht fertig, also mit den 70, dass wir das hier fertig kriegen. Aber ihr habt ja jetzt gerade gesehen, so viel ist jetzt nicht da an Holzstämmen. Jetzt habe ich da vielleicht doch ein bisschen zu viele schon rausgeholt, um die zu verwahren, aber ich belasse es trotzdem dabei. Dann warte ich halt, bis ich das Ding hier fertig bekomme. Muss noch ein bisschen selber Holz schlagen. Macht ja nichts. Ich finde, das ist echt schön groß geworden, also. Viel, viel Platz zum Rumrennen. So, zwei Stück noch. So, wie viel haben wir jetzt denn noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Huf. Doch noch mehr, als ich dachte. Ach, da ist wieder dieser eine Single-Ahorn nachgewachsen. Und natürlich kloppen wir direkt wieder weg. So schön der auch hier auch hier aussieht. Und es wird ja auch die Zeit kommen, in dem das nicht mehr notwendig ist. Dann kann er auch hier stehen bleiben, aber noch brauche ich ihn. Da stehen auch direkt Ahornbäume. Ja. 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 Boah, man sieht hier nichts wie in dem ganzen Gestrüpp. Da. Ein neues Level in der Gewinnung. Wie ist denn das jetzt hier eigentlich? Richtung Mine bewege ich mich jetzt auch langsam, aber wirklich langsam, obwohl ich so viel schlage. Was haben wir denn hier noch? So. Ja, das brauche ich jetzt nicht ungefähr. Ja, das ist nicht so wichtig. Das hier macht Sinn. Das hätte Sinn gemacht, aber das brauche ich jetzt nicht mehr. Und das sind diese Einmaldinger. Ne, dann bleiben wir erst mal hierbei. Langsamer Haltbarkeitsverlust ist halt wirklich lukrativ und nützlich. Da gibt es weniger Engpässe, wenn die Bewohner dann halt irgendwas benutzen. Nein, komm, ich will doch nur diesen Baum mir holen. Echt, komm, ich will jetzt nicht mehr an diesem Baum dran kommen. Erzähl nichts. Da muss ich doch jetzt noch dran kommen können. Ich habe mir den doch gefällt. Nein, erzähl nicht. Echt, ich komme nicht mehr an diesem Baum. Wieso kann ich den Baum schlagen, aber ich kann ihn mir nicht mehr holen? Echt, jetzt? Da komme ich jetzt schon nicht mehr dran, wa? Ne. Wahnsinn. Ey, das ist ja echt ein Witz. Leute, ich komme da nicht mehr dran. Ach, dann nicht. Okay, okay, okay. Ja, hier ist wieder Birke, Joche. Et birgt, et birgt. Gut, lassen wir das. Nehmen wir erstmal das, was wir haben. Das machen wir noch eben schnell. Ordentlich am Ackern heute, also haben wir auch einen ordentlichen Hunger. Habe ich übrigens auch gerade. Gibt gleich Abendessen. Muss gleich doch Abendessen machen. Rassimian. Les Francauses. Ach, so niedlich. Klein Lämmer. Kommst du mal nach Hause hier? Gleich kannst du nicht mehr. Dann kommst du hier nicht mehr rein. Dann sieht es schlecht aus. Komm, ich mach mal da. Gib dir noch die Chance umzukehren. Nein, jetzt lauf du nicht auch noch raus. Nee, ach, dumme Lämmer. Dumm wie die Schafe. Also wirklich. Aber ich krieg die wahrscheinlich eh jetzt nicht zu Ende gebaut. Das wird jetzt ganz knapp sein. Ach, blöd. Wahnsinn. Das fehlt mir jetzt noch. Okay, gut für die Schäfchen da. Schlecht für mich. Ich gucke jetzt, dass ich da noch das zu Ende bauen werde. Wir beenden jetzt allerdings die Runde. Und wenn ihr das nächste Mal mit dabei seid, ist das natürlich dann auch schon fertig. Und dann wippen wir uns mal der Jagdhütte 2, dass wir die dann frei bekommen. Das ist ja wirklich nicht mehr viel. Dann haben wir die auch endlich fertig. Yeah. So, ich hoffe, es hat euch heute bei mir gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir doch gerne mit einem Like. Kommentiert auch gerne was. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch sehr. Dann verpasst ihr auch nichts mehr. Meine Let's Plays kommen, wenn ich es schaffe, jeden Tag. Jetzt in der Vorweihnachtszeit ist es immer ein bisschen stressig. Aber jetzt schaffe ich es eigentlich doch ganz gut. da voranzukommen. So, und dann wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Und sage mal bis morgen. Alles, alles Liebe, eure Natzen. Bye, bye.